Wir haben jetzt in der laufenden Saison oft die Plätze getauscht. Hertha BSC hat lang gebraucht, um am ersten Tabellenplatz zu kommen. Meines Erachtens viel zu lange mit dem Kader, den sie da haben. Jetzt sind wir wieder in der Reihe und das wollen wir jetzt erst mal Montag wieder uns zurückerobern. Es ist ja auch so, dass wir im Hinspiel hier 70 Minuten lang Hertha mehr als kontrolliert haben. Es gibt ja Gründe, warum wir durchaus auch sagen können, wir sind in der Lage dort auch zu gewinnen. Und Hertha hat jetzt in der Saison zu Hause noch nicht verloren. Wir wissen, dass das ein unglaublicher Kader ist und dass sie eine unglaubliche Qualität haben. Aber irgendwann mal kommt vielleicht mal jemand vorbei, der sagt, okay, es ist schön, dass ihr hier alles gewonnen habt. Aber jetzt sind wir halt auch mal dran und so fahren wir dorthin. Fakt ist, es wäre ein riesen, riesen Traum von uns allen hier für die Eintracht-Fans, vor allen Dingen auch gegen solche Mannschaften zweimal in der Saison spielen zu dürfen, wenn es Punktspiele anstehen.